Reals einfach versagt, dass sie nix mehr da... Wir haben runtergepanscht, Jungs, wir haben runtergepanscht! Ja, ja, komm! Drauf da, drauf da! HC, hab ihm! Jawoll! Alter, das war ein Schuss, Jungs! Ja, du kriegst nen Turret drauf, müssen die Turrets kaputt schießen! Oh, den schießt jetzt auch, der SA schießt auf! Ja, ist auf jeden Fall! Ein Loch! Ah, nein! Bam! Oh, der hat perfekt getroffen! Den drin müssen wir! Nice! So, Jungs, wir kommen noch mit! Ich nehme C4! Flammenwerfer! Ja, darf ich mal diese Ziel-Rakete ausprobieren für den? Trinkticks! Oh, in der Luft ist einer Grinz mit Jetpacker! Die Turrets schießt, den sind drauf! Wir haben ein wenig von C4! Ich, äh, ja, ich hab nur ein Stück bei mir! Gib mir die bitte! Musst du herkommen, ich schliss dir gar nicht, Zack! Achso! Passt! Drop bitte! Na, Alter, die Base ist offen! Ist offen! Okay, Paint! Wo bist du? Warte mal! Ich sitz bei dir drauf! Links, links, links! Du willst bei mir drauf sitzen? Ja! Weißt du nicht! Du musst auch die Base ranrennen! Gott! Ich sitz auf der rechten Seite, gell? Echte Seite ist komplett weg, rand da jetzt! Ich muss auf die andere Seite gehen! Ja, komm auf die andere Seite! Wie kommt's noch? Wie kommt's noch? Wie komm's noch? Wie kann's noch? Wie kann's noch? Warte, wie kann die Plots wechseln? Weck geschossen und Ende! Ich muss höre auf jeden Fall! Höre! Die kommt nicht an! Höre! Ja, passt geht! Ist offen? Dann geht! Warte! Warte! Woher hast du weggeschossen? Perfekt Da ist der Tetsch, wahrscheinlich Guck mal, ob da was er ist Warte, die muss auf die andere Seite Perfekt, perfekt Du hast gleich das Heus hinweg Okay, run Perfekt Warum jetzt gehst du, warum jetzt gehst du auf die andere Seite? Der passt schon Die schießen nicht auf mich, die schießen auf die Run da Ja, okay Ja Ja, in dieser Video gesagt, dass die Tickets instant einen killen Ich hab ja Raketen noch, äh, C4 gezündet Hast du den erwischt? Nene, der stand dahinter Musst du mal mein Staff kurz zurück Hättet auch gesnibed Ja Danke Achso, du in der Luft Neh mal, wo du draufkommst LOL Was hat denn 2500 damage gemacht? Das ein Tag turret, was so betrieben ist Wenn der Tagrex das einmal wegkriegen könnte, werden die anderen kaputt Okay Der hebt die auf, der hebt die auf Ja, der wird ja auf die Haupttäne Müssen wir jetzt vor Was du, mein Staff weg macht Ja, das ist ja ein Dings Ein turret ist da noch, ne? Ein turret könnt ihr mit dem D-Blue weg tanken Soll ich ihn runtersleiten? Du triffst dann, ja Scheiße daneben Medical Pool ist komplett weg Okay Roll Kriegst du das weg? Kriegst du das weg? Man türen leider nicht Auf der Schorne liegt es von mir Mein Tech Craver hat da weggeflattern Die haben die da hinten hingewiesen Die haben die, die, die haben die wieder an Ja, das sind Alle? Ja, okay, ist das Das ist halt so lächerlich, ne? Das ist so lächerlich, das ist Der fliegt da Noah, du musst gleich rip Du musst rip Nein, nein, komm doch weg Nein, 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 komm doch weg Du solltest nicht rips sein, Alter Techs, die schießen langsam nach Der hat hit Mit Raketen, Alter Ja, lol Der hat hit, der hat hit Hol' den jetzt weg, Alter Meine Boots sind da geschossen rum, KK Da hinten an der Stone Foundation ist einer Hinter uns ist auch jemand, oder? Ich weiß nicht, wer ist das? KK, niemand hat mich komplett vergessen Hegel am Straße guckt hinter uns zu Wo ist er? Ja, hinter hier, Richtung unserer Base da Also, richtig Das haben wir doch irgendwie momentan gebuchet Der konnte das ist ja, das hat irgendwie alles rausgenommen Ja, ja, wenn wir von unserer Asleinchen jetzt kommen Jetzt, weil ich raus gehst, dann recht Aber es ist egal, wo ist er? Wo ist er? Aber wenn ich da rechts? Komm, wo ist er? Du musst zu mir kommen Es gibt keine Hinweise Bist du denn? Hier, wo der Base? Hier, ja, ja Es ist doch egal, was wir machen Ich werde halt Instagram Ich werde mal geschnackt, dann das ist halt Hier oben ist beamt Dann verbrennen Wo? Wo ist der Hinterns weg? Wo? Wo ist der Hinterns weg? Wo? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Der runter, oder? Ja, ich klipp hier unten, ja Anbrennen, anbrennen Oh! Er brennt Alter, wir haben kein Medikir-Bruf nix Alter, wir haben kein Medikir-Bruf nix Digga, der lädt noch Ja, der zieht durch Ja, der zieht durch Das war anscheinend nicht blieb Wir brauchen Medikir-Bruf nix Wir brauchen Medikir-Bruf nix Ich weiß Ja, dann ist's mir bewusst Einer snipet die anderen drei auf den Kriegs und Klo Ich brauch nur Medikir-Bruf Ja, wartet doch mal, ich kann nicht Die weiter Ja, weil Pain 4 will, deswegen So, ich brauch nur Medikir-Bruf Ich geb den Eraser mit Wollte ich wieder alles? Das ist was, wenn er hier Was? Danke Wollrufen ist oben auf seinem schwulen Tower Ja, das ist das Ich hab kaum Amor Dann lass mich auf dem Rex Lass mich auf dem Rex Lass auch Schräger und Okay Ich hab mir eine Kiste oder sowas Das nochmal Wie soll ich mal den Sachen rein tun? Ja, das ist wiffi Ja, das ist wiffi Ja, das ist wiffi Wollrufen, wie man tun? Geh mal weg, kann man mit dem Rex Da ist es nicht drauf Ich hab' das noch Wollte ich mal die Sachen rein tun? kommt mit dem anderen es ist halt so lächerlich wo ist der generator von denen naja das ist ja von links oder einer wie geht das dass die da drüben gebaut sind unter wasser jungs ist sicher unter wasser ein generator ich soll mal gucken ja ich ich falle mit tech rifle also da hinten ich sehe es ja ist gerade so hell man sieht nichts ich sehe nur ist der ist nicht oben drauf ist er zwischen das und kleiner kassel in der mittleren da kommt der drinnen der player oder der generator das glitzende er sich wirklich bereit nicht gesehen auch vor uns zu ballern und aufhalten wasser oben mit nachgefüllt bei mir war nichts kaputt ich will dein staff nehmen ja das ist nicht mehr normal hä ich da hat ein bunker oder was ja einfach drauf halten Da links, siehst du es nicht? Ja, ja, ich sehe es, aber die Tech, die wird schießen auf mich Warte, Chris, ich muss hier weg Oder schießen die mit der Weifel? Ne, die hat doch recht, schießen Das ist ja richtig gut, da Wasser in den Pickgenerator zu setzen Und da Tech-Toids zu setzen, Alter Ja, geh, geh Ich brauche einen Tech-Moser Man kann jetzt noch einen Tech-Moser Wir könnten dabei einen Dank für das Toys rein Ja, man kann jetzt auch einen Dank für das Toys, das wird echt 107 und 3S-Standage Ähm, Boot, wie wär's mit Boot? Was fliegt denn das in Rexheit wegschießen? Kost mit dem Boot, denke ich, Ronfort Ey, unser Rex-Bagto-Fest, geh mal drauf, Replay Warte, man schießt es halt mit Katapult Du kannst eigentlich mit deinem Mono dran fahren Weil sie von nix sehen, die Kanonen auf dem Boot drin stehst Genau, dass man ja nachhießt, was du bewusst, ne? Ich seh hier nichts, Alter, wo zeigt denn der Scheiß Rexheng, Alter? Ich glaub' ich heute 30 Minuten ausgesetzt Kannst du Musik übersetzen? Ja, genau Ja, das macht eh mal die Quarkton, den du bei dir gemacht hast Und damit verbraucht? Ja, der war mit Komm', dann Ich hab' am Boden Unmöglich, ehrlich Was ist denn das für ein 4-Giger-Bunker, was ist denn das? Ich hab' keinen Chat-Pack mehr Ich lass runter, lass' runter Er geht jetzt mit Füßen weg Über die Tests zu werden, pass auf, über die Tests zu werden Ja, du hast' schon mal mehr Ja, du hast' wahrscheinlich ja das stehen stehen und echt nur noch protectors simon der base da kommen gar nicht mehr mit den rexen raus dass die rex ist jetzt glaube ich dann können wir das text bestätigen wir müssen nur deswegen wegkriegen kann sie glaube ich nicht mit der ich habe der match macht bis sie mit dem rex weil der rex kriegt damage alter muss verkehrt mit dem die bluren der war keine spieler hat ein habe ich weggeschossen also der kommt jetzt nicht mehr so schnell der 20 ich glaube ich habe die ganze zeit auf mich die aber keine wir können den gar nicht auf die snipe doch da oben fliegt einer siehst du es nicht ich kriege tag der turrets auf ich glaube ich bin einfach drüber da hat wieder ein hit da oben gibt es eigentlich nur forderlich ja die tagtürer treffen wir nicht konnte immer schießen ja der rex ist los muss rex wechseln gehen kodal muss für nirad von der broske von der von der dinge maus probieren der eis scholle doch ich habe einen 264 damit gemacht ist nicht gut wenn keiner hilft nein ich habe crash oder standbild der funkt wieder an ich würde nicht so nach angehen echt oder es ist direkt verlor aber sind zwei tun der dinge ist halb läuft kodal kosten rex nehmen die weißen was neid wie wieder Ok, Ball rufen, snipet wieder Ich bin dann wieder DC, hat er Ja, aber den Geeklo bitte nicht am Teleporter packen Das wäre nett, danke Ich warte wieder, Takota mit der ready ist Dann können wir weitermachen Oh, links, der Turret in Doom ist endlich weg Jungs, eins, eins, eins Ist weg, Chenoa Liga, das sind... 52, der rip gleich Rennen zurück zur Base Ach so, den da Ich glaube, du schießt auf Takota, kommst du mit deinem Rex? Weißt du, die Tech Turrets Müssen wir danach wegkriegen Oben, kriegst du wieder Mollmuffen? Diesen... Was, Pains? Wollt kein Shadowslakes Hast du noch Shadowslakes? Ah, der Rende-Modus Ach so Weißt du, was meine Soja Also die Kanonen hab ich aufgerufen Und ist im Kangoo-Boot drin Ah, dann könnt ihr mal kurz in der Base schauen, wie es mit einem Metal aussieht 3 block 3 block Du hast mal Info Wo sind noch welche? Links da, ne? Sind sie fast leer, die Forges? Ne, das sind mehrere tausende Kalsch Ja, weil wenn... Anna muss halt immer ruhes Metal nochtun Das ist wichtig Ok Die links oben Ich kaufe jetzt auch auf Passt Jetzt schießt ich schon die Base-Root auf mich Das Ding Das Ding So, das ist kaputt Aber der Base-Root steht danach Das jetzt Es ist ein Schild reingelaufen Pech vor jetzt noch eine Tech-Root schießt Leck Und schießt irgendeiner nur außer Luft Jetzt einfach auch direkt auf die Base-Root Wo? Wo ist er? Also bei mir sind Schüsse nebenunter gekommen Tech-Root weg? Die normalen Turrets hier sind leer Ich kann immer weiter vorrücken, Jungs Jetzt natürlich noch die Base auf die Turrets Jetzt treffst du sogar die Turrets Schieß, Dakota Du triffst die Ich nicht mehr an Aufm Boden weiter Du schaffst das Ja, aber du triffst die Dakota Wir müssen auf die Flyer uns dann Ja Da ist ein Kack Ah, da ist noch eins Oh ja, da möchtest du anfangen Bisschen weiter runter Ja, schon wieder Alles Bisschen weiter vor Oh Ja, da steht der Versteck Ja, das passiert hier aber Alter, ich drück jetzt Backspace Ich drück auch Backspace, Alter Das ist zum Snipen viel angenehmer Auch nicht Da ist ein Damage Von links Die Tech-Turrets Hier haben wir auf mich geschossen Da steht noch ein normales Turrets Ja, das Turrets Äh, Maulwurf und snipet Das Ding ist offen Oben Alles klar Er hat nicht getroffen Er hat nicht getroffen Er hat nicht getroffen Auch wenn er nicht die Turrets-Traschzeit Ich hab' das Schild getroffen Leute Da ist nicht alles was da steht Die schießen mit Kanonen auf die Base Wer Auf die Kuppel Die Kuppel ist fast RIP Als ob Die blinkt schon so komisch, oder? Backspace wieder an Ja, da hast du mehr FPS Alter Der Rigs ist fast rück dir nicht her Der Schild ist weg Lol, ist das? Ja Jups, ich höre die Kanone Kanone Nur noch ein bisschen Schuss die Kanone Ich komm mit dem Pracer 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 Die Base getript Wow, die Damage zollen Die Damage zollen Ah, da kommt mit Rino Ah, da kommt mit Rino Pass auf Da holen wir runter Backsniper Ja, die Rechte ist alle los Da sitzen zwei auf dem Rino Huch Tech-Frost ist weg Oh, ich hab noch einen Rino, ich muss weg Ich muss weg Rito Ich auch Panaset protect mich, protect mich Hat hit Mal Goff mal Hitchert Ich muss zurück zur Base Widerrüstung reparieren Oh ja, die haben wir Jungs, wir müssten die Base jetzt hier vorplacen Wir müssen jetzt hier ein Bunker placeen Ja, du musst gucken wir in die Strukturen Guck mal das in ein bissl Strukturen kaputt machen Das ist ein bisschen Strukturen kaputt machen Da ist uns dann ein Falsch von der Falsch von der Falsch von der Die Client Wir hören dich Ich brauche Helm ich versuche jetzt die Dinos an der Base zu feuern ja mit Brandpfeil lol er hat nochmal einen Hitter um okay jetzt Handpfeile jetzt ja Brandpfeile ja ja ich schieß die mit Brandpfeil es setzt alles in Brandpfeil ich muss meine Rüste nach oben das neigt man nicht ja komm Rino 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 okay Anfall auf auch auf der Trifte ich bin was gut wir haben irgendwo was zum heilen Rino kommt nicht so gut Prozent okay dann sterb ich aber auch Rino 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 ich will mehr von Rino ich war auch Rino Rony hat mich erwischt ja ich stehe müsst mit dem Punch direkt Rino face to face dann ist er Rino dann wird er runtergepuncht dann kann das Rino nicht was du machst du dich drum dass wir hin tun und weiter vorne setzen ja wenn wir Schuss haben wir haben keinen Schuss die Türs wissen halt kann ich halt nur von der Base Rino kommt Rino kommt runterpuncht nicht runterpuncht nicht runterpuncht nicht runterpuncht nicht das war ein Schuss Jungs auf Aufnahme wenn ich mich selber töte jetzt haben wir das Rino jetzt töten jetzt habe ich da einen Deathclimper rein aufs Rino drauf ich werde abgesleiten ich habe Standfilter ich bleib Warte warte ich habe keine Graveling Hooks sorry Noah bin ich ripp ich störe bei Racer gehen wir auf Noah ich habe nur Frame Drops ne ja die schießen mit Brandfeil auf den Racer der Noah wird rippen der Noah wird nicht rippen ich bin da ich habe Standfilter mach ich immer noch Standfilter du musst Noah schützen der Noah der Standbild wird nicht weggehen du musst ich bin mit dem Fuß auf Noah das ist perfekt ich fühle auf mich ich fühle auf mich ich fühle mich so mich zu poten nein du bist tot oder? nein du bist nicht tot der Noah ich werde mich rippen ich werde mich rippen ich werde mich rippen der Bluff die snipen ich schützt die Noah Na toll ich bin schon wieder rausgeflogen der schütze mich Perfekt, du hast die ganze Base schon reingeschossen. Das ist ein richtig fettes Loch reingeschossen. Shadow Stick ist in der Base drin. Okay. Ich hab ein Standbild, oder? Nee, doch nicht. Du schießt in der Base. Noah, ich zieh dich zur Base. Jetzt, wir kommen her. Noah. Der war nicht drin, oder? Ich hab gerade aufgesnipet. Ich zieh Noah zur Base. Schieß nochmal. Anna, kommt noch mit Tag. Pass auf. Bin ich noch am Leben? Ja, ich zieh dich zu Base. Ich zieh dich zu Base. Ich zieh dich zu Base. Aber was? Smithy hast du gleich kaputt gemacht. Äh, irgendwie weiter vorne ist da der Base gemacht. Ich hab dich in die Base gezogen. Ah, ich hab dich in die Base gezogen. Ich hab dich in die Base gezogen. Ah, du hast oben, ich ba-lig. Bissi, niedriger. Ganz bissi. Hei, die können einfach versuch einfach rein ... Loll, er macht tausend, Loll, er macht Fett Damage, Loll, Alter.